Ja, hat mal jemand Lust, mir zu helfen hier? Ja, was? Lass dich doch aus dem Wasser rauskommen. Da hast du das Skelett. Ja, echt mal, im Wasser machst du... Okay, gut. Nein, 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 nein. Im Wasser machst du gegen ein... Guck mal, wie sie alle platzen da hinten. Das Problem ist, das ist... Wie so eine Piñata, ey. Ja, ich hol grad mein Zeug. Geht doch. Hab ihn. Hast du... Ich bin grad am Sammeln. Ich glaub, irgendjemand hat meine Sachen noch. Äh, also ich hab, glaube ich, ich glaube, ich hab, ich glaube, ein bisschen Holz und eine Holzspitzsack hab ich eingesammelt, aber ansonsten nix. Ich hab ganz viele Pfeile in mir. Bei mir nicht. Der Benni auch, zwei Stück. Also, zu einem Skelett ins Wasser hinterher springen, ist eine schlechte Idee. Ja, das ist, das mach ich auch nie wieder. Das blöde Vieh ist mir hinterhergesprungen ins Wasser. Nick, Zombie. Wo? Jetzt nicht mehr, das war gerade bei dir. Oh, hab ich gar nicht gemerkt. Oh, da ist ein Hubert. Hier ist auch ein Hubert. Lol, hier ist so ein, oh Gott. Weg hier. Was hast du denn? Hier ist so ein Mini-Fletze-Pimmel, den erwischst du kaum. Ja, wie geil. Guck dir, guck dir das scheiß Ding an. Ah, der macht viel Schaden. Mini-Fletze-Pimmel. Alter, verjage ich mich. Ohne Scheiß, die sind voll schwer zu drehen. Flitze-Pimmel. Ich glaub, die Tür hängt ein bisschen umgezogen. Die hätten wir woanders gemacht, woanders sein. Wo, Skelett? Aua, Aua, Rückzug. Da hinten. Komm mit, Skelett. Komm. Oh, okay. Ein Mini-Fletze-Pimmel. Ja, wo ist es denn jetzt? Ja, wollte ich gerade fragen, wo ist denn die in Skelett? Da hinten. Jetzt, ich würde vielleicht irgendwie... Nein, 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 nein. Ich bin gleich wieder tot. Tschüss. Warum jetzt, Benni? Nein. Boah, ich hab's. Weg hier. Ich glaub, du müsstest auch meine Sachen hätte haben. Achso, ähm, muss ich mal gucken, ob ich das jetzt alles eingesammelt hab. Ich hab auch was eingesammelt, Benni. Achso, okay. Aber hier liegt das ganze Zeug auf jeden Fall rum. Hier ist ein nackiger Flitze-Pimmel. Oh, da kommt ganz viel Zeug. Äh, Rückzug. Ich geh. Tschüss. Ich auch. Ich will auch weg. Ich will weg. Ja, dann rennen. Ich will weg. 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 Alter, Alter. Weg, 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 weg. Alter, ich bin fast tot. Also, was heißt fast tot? Ich hab noch fünf Herzen, aber trotzdem. Was kommt denn da? Ist das eine Spinne? Hallo? Ja, das ist eine Spinne mit den roten, fiesen Augen. Alter, da rennt so viel Zeug rum da hinten. Ey, die sieht mich nicht. Die ist blind. Oder einfach nur blöd. Absehen. Das ist blind, einfach nur blöd. Da ist ein nackter Flitze-Pimmel. Äh. Komm doch zurück. Ja, echt mal. Komm doch zurück. Ich will das Skelett haben. Lol, Alter. Was ist das denn? Ey, ist das gerade bei euch auch so schnell gerannt? Oder sah das jetzt nur so aus? Wenn wir uns übrigens alle im Weg rumrennen, dann bringt das nicht so viel. Nur noch zwei Herzen. Ja, dann ist was. Hab ich gerade gemacht. Oh, schlecht Idee. Ich habe einen Pfeil in der Schulter. Das sieht gut aus. Was? Du hast einen Pfeil in der Schulter. Ach so. Alter, was hier hinten alles rumrennt. Pass auf. Da ist ein Creeper. Na, weg. Die explodieren, ne? Ja. Creeper explodieren. Du musst da immer direkt weggehen, wenn du die angehauen hast. Das Problem ist, wenn du an der Truhe... Nach hinten weglaufen. Das Einzige, was nicht gut ist, wenn du an der Truhe stehst und hinter dir zischt. Ne, ne, das ist nicht so geil. Dann weißt du schon... Aha. Mario, ich brauche Hilfe. Creeper! Oh, oh. Creeper! Der Creeper ist, äh, down. Äh, Nick, hast du noch ein Schwert? Äh, muss ich mal gucken. Kannst du mal kurz aufpassen, dass hier nichts angerannt kommt? Ich guck hier. Äh, ne, ein Schwert habe ich nicht mehr. Und du meinst, ist jetzt auch so gut wie im Eimer, weshalb ich wieder zurückgehe. Ähm, möchte erwähnen, Creeper down. Ja, hat man gehört. Musst du da grad wieder ein Schaf kaputt? Ja, hab ich. Also das dann müssen wir auf jeden Fall übrig lassen, sonst haben wir nix mehr. Zombie! Zombie, aber... Noch ein Zombie! Das war's mit meinem Schwert. Ich hau mit der Axt weiter drauf. Da ist noch ein Zombie. Okay, weg hier, weg hier, weg hier. Da kommt auch eine Spinne. Da kommt auch ein Skelett! Ja, äh, Panik. Da hinten kommen noch mehr Zombies. Da kommt eine Spinne mit angerannt. Boah, Alter, die Spinnen sehen ja jetzt noch ekliger aus. Äh, hat irgendjemand Steine? Skelett! Oh, oh, fuck it. Kann mal jemand irgendwie was tun hier? Alter, ey, jetzt haben wir's aber alle angezogen hier. Aua, 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 aua. Ja. Was? Wie er geplatzt ist wieder, weißt du? Das sieht immer so geil aus. Benni rennt erstmal komplett durch. Ja, ja, ich... Ich wollte erstmal... Wie... Wow. Bringt immer noch nix zu Spannen übrigens. Oh, sorry. Ähm, Mayo, ich hab Sachen von dir, ne? Haben wir's jetzt? Ich leg erstmal was in den Ofen. Äh... Ich glaub, jetzt haben wir's. Vorerst zumindest. Ich glaub, irgendwie, wir haben's noch lange nicht. Ja, wobei hier direkt bei uns sollte ja echt nix brauchen. So, ich brauch jetzt definitiv ein neues Schwert. Ja, ich brauch Steine. Steine? Hier. Stimmt, Steine hab ich auch keine. Obwohl, ich hab auch... Ich hab auch Steine. Hast du noch ein paar Steine für mich, Mayo? Warte, Nick, ich kann ja auch welche... Ja, also ich bräuchte halt schon so mindestens zwei für ein Steinspielerat. Ah, hier. Ich hab welche, ist gut. Ihr braucht mir jetzt nicht damit zukutzen. Mein Gott. Ich brauch vielleicht doch Steine, deswegen. Warte mal, ich kann ja... Wo kann man Steine abbauen? Sagt es mir, dann hol ich welche. Äh... Genau, wenn du hier so vier, fünf Flöcke runtergehst, dann müsstest du da eigentlich schon auf Steine treffen. Äh, Mayo, würdest du ein bisschen Sachen von dir zurückhaben? So, ich hab wahnsinnig viel Scheiße im Inventar. Ja, ich hab Knochenmehl im Inventar. Ich hab auch Knochenmehl. Ich hatte. Wenn du da verteilst es selber oder gibst mir das Knochenmehl, dann verteile ich meins direkt mit. Verteilen? Ja, das kannst du, wenn du Knochenmehl rechts klickst auf die Setzlinge, dann ähm... Dann... Zwei Skelette! Ja, das eine brennt aber schon. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, ähm, dass ihr nicht aufs Feld, äh, runterfällt von den Truhen aus oder drauf springt, ne? Sonst geht das kaputt. Sterb doch! Ernsthaft? Ernsthaft? Wow, Mayo. Ernsthaft? Ich will Benni helfen und ich sterbe. Ja, ich hab aber auch nicht mehr viel. Ich komme. Ich brauch Essen. Liegt da noch Zeug von mir? Essen haben wir noch in der Truhe. Nee, ich hab nix, ich hab alles. Ich geh jetzt den Creeper ärgern, ich hab nix zu verlieren. Hallo Creeper! Tschüss! Gleich macht's Bum. Winke, winke, winke. Ja, klar macht's Bum. So, ich brauch Essen, Essen, Essen. Verrottestes Fleisch, konnt nur wegwerfen, ne? Also kann man schon, aber tut uns gut. Kannst du auch essen? Ja, nee. Bäääää, Hubert! Hubert K! Äh. So. Komm her, Oktopussy! Weißt du, damit du einmal die Sachen von Mario einschulern, ist das im Inventar wieder fast voll. Alles klar. Ja, legst du in der Kiste oder so. Ich hole jetzt einen zweiten Hubert ran. Ja, ja. So. So, der Hubert, der, der, der Karl Friedrich hier hat übrigens... Karl Friedrich! Ja, Karl Friedrich. Wow, ernsthaft? Jetzt steht das Schaf da vor dem Zaun rum, wie so eine Ölgötze, oder was? So, komm rein da. Ja. Nicht schlagen! Wow! Wow! Das hat sich jetzt gebraucht. Toll, Mario! Wollt's da reinprügeln! Nee, ich wollte rein schieben! Ja, das funktioniert ja immer super. Ich schieb's an. Das müsste sich eigentlich gleich wieder auf mein Weizen konzentrieren. Ja. Müsste. Oh. Boah, komm schon, du blödes Kackschaf. Ja, toll. Das frisst's. Sehr gut. So. Bro, das ist nochmal nicht eingesperrt. So, die beiden lieben sich. Oh. Alles klar. Oh, da kam... Die Hühnchen und die Blümchen. Ich will ja nichts sagen, aber da ist direkt ein Baby rausgekommen. Ja, ich weiß. Ein Lämmlein. Wenn du die fütterst mit Weizen, dann machen die. Dann haben die Spaß. Ja, ja, das ist schon klar. Aber hallo? Was haben wir da für eine Geburtenrate? 1000% oder was? Einmal gepimpert und sofort Kind da. So, Zuckerrohr. Äh, ich brauch Steine. Ja, Steine bräuchte ich auch mal. Was ich jetzt mal mache, ähm... Einfach nur, weil's auch ganz hell... Ach, scheiße, hier ist ja... Ich hab übrigens Zuckerrohr. Oh. Hoch. Das war jetzt nicht erblich. Oh. Spitzhacke brauch ich für Steine, ne? Sehr gut, Benni. So, ähm... Wo soll ich mich denn mal runterbuddeln, damit wir mal in Rohstoffe kommen? Hier? Ich hab hier hinten schon ein Loch. Hier hinten. Hä, wo ist denn jetzt das Weizen hingefallen? Hier hab ich mich schon runtergebuddelt. Achso, ja gut. Dann würd ich hier grad mal weiterbuddeln. Ja. Irgendwie despawnt bei mir das Weizen die ganze Zeit. Weil ich's abbau... Mario, was machst du da? Mario, was machst du da? Mario, was machst du da? Ich spüle Steine! Ja, du hast aber Erde abgebaut, ne? Weißt du schon. Ich weiß! Ich hab hier irgendwo ein Skelett gehört. Mhm, hier ist nix. Meiner hat schon Paras. Pass hier oben auf. Nach der letzten Nacht ist, äh, Angstzustand dauerhafter. So. Kann auch mal ein bisschen bauen hier. Hier hab ich mal den Nick. Oh, ich hab ne Hö... Ah! Ich hab ne Hölle gefunden. Tschüss, haut rein! Die Frage ist, ob wir da reingehen. Äh, ich baue jetzt erstmal drüber. Ich wollte eigentlich nach unten, damit wir ein Rohstoff... Ach, komm schon. Ich warte, ich baue was kurz. Da hat mich nämlich direkt ein Skelett mit nem Pfeil begrüßt, die blöde Sau. Ich, äh, hab zwei Schwerte. Und brauch... Ich baue mir noch... Boah, wie weit ist der? Wie weit der... Ah! Wie weit geht denn die Höhle hier? Ah, ich glaub, jetzt kann ich wieder nach unten. So. So. Ich geh jetzt mal in die Höhle rein, da. Mach das, ähm... Achso, ich würd vielleicht Essen mitnehmen, wäre eventuell hilfreich. Alter, willst du mich trollen, oder was? Jetzt stoß ich alle zwei Meter auf diese Kackhöhle. Ich will mich doch einfach nur runterbauen, eigentlich. Mal in die andere Richtung. Majo, was machst du, außer die Bestellen angucken? Kaffee trinken. Majo? Kann das sein, dass Majo gerade wieder einen Abgang macht? Glaube ich auch. So, in der Hoffnung, lass mich jetzt kein Skelett hier begrüßt. Ja, Majo macht einen Abgang, glaub ich. Ansonsten würde er ja nämlich reagieren. Joa. Oh, Skelett! Ja gut, dann muss halt gleich einfach wieder dazukommen. Skelett und Pfeil. Wir können ja trotzdem weitermachen, würde ich sagen. Ja, ja. Oder er hat dasselbe Problem wie vorhin. Kann auch sein, ja. Weil ich nicht ganz weiß, wo das Problem da war.